Jo Jungs, was geht's und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht's darum, wie man weniger Input-Delay auf dem Controller in Fortnite bekommen kann. Wie ihr wisst, ist nämlich der Input-Delay wirklich sehr entscheidend und man sollte auch genau deswegen versuchen, den Input-Delay so gering wie möglich zu halten. Und genau deswegen zeige ich euch heute wirklich alle Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt, um weniger Input-Delay auf dem Controller zu bekommen. Bevor das Video startet, entschuldige ich mich aber nochmal kurz bei euch Jungs. Und zwar war ich jetzt wieder zwei Wochen ein bisschen inaktiv. Ich hatte tatsächlich einfach nicht so viel Bock und hatte eine leichte Dawn-Phase, deswegen war ich auch nicht so aktiv und hatte generell viel zu wenig Motivation, um irgendwas zu machen. Aber ich verspreche euch, ich ziehe ab jetzt auf jeden Fall durch. Und ja, lasst auf jeden Fall, bevor wir reingehen, gerne jetzt schon mal ein Like auf dem Video da und abonniert natürlich auch sehr gerne den Kanal. Zwei kleine Klicks für euch und das supportet und motiviert mich extrem. Wir haben übrigens auch die 80.000 Abonnenten erreicht, danke auf jeden Fall dafür. Und wenn ihr mich nochmal zusätzlich supporten wollt, dann könnt ihr gerne mein Creator-Code RUBIXNICE im IT-Shop eintragen. Allein das Eintragen bedeutet mir wirklich viel. Wäre auf jeden Fall sehr süß, würde mich freuen. Und ich würde sagen, ich habe wirklich genug geredet und wir können direkt auf jeden Fall in das Thema des Videos reingehen. Bevor ich damit anfange, euch zu erklären, wie man weniger Input-Delay auf dem Controller bekommen kann, erkläre ich euch erstmal grundlegend, was Input-Delay überhaupt ist. Denn tatsächlich wissen noch nicht so viele, was Input-Delay überhaupt ist und was Input-Delay alles ausmacht. Input-Delay heißt wortwörtlich übersetzt Eingabeverzögerung. Und einen gewissen Input-Delay hat man wirklich immer. Also sowohl auf Controller als auch auf Maus und Tastatur hat man einen gewissen Input-Delay. Und allgemein ist Input-Delay einfach nur, dass wenn ihr zum Beispiel eine Taste auf eurem Controller drückt, wie lange es dauert, also wie lange die Verzögerung ist, bis es im Spiel ausgeführt wird. Und wenn diese Verzögerung, also dieser Input-Delay so hoch ist, dann ist das natürlich nicht so vorteilhaft. Das heißt, je niedriger der Input-Delay, desto besser. Und wenn wir uns jetzt den Input-Delay auf dem Controller anschauen, dann kommen wir jetzt zu einer Sache, die viele noch nicht wissen. Nämlich entscheidet schon bereits der Controller, wie viel Input-Delay ihr habt. Zum Beispiel hat der Playstation 4 Controller weniger Input-Delay als der Xbox-Controller auf dem PC. Beispielsweise haben auch die meisten SCUF-Controller wie der Astro C40 zum Beispiel den geringsten Input-Delay. Das heißt also, dass bereits der Controller einen Einfluss darauf hat, wie viel Input-Delay ihr habt. Nur damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Kommen wir jetzt aber wirklich zu den richtigen Tipps, die euch dabei helfen werden, weniger Input-Delay auf dem Controller zu bekommen, unabhängig davon, welchen Controller ihr spielt. Ich habe mir gedacht, dass ich euch erstmal die besten Ingame-Einstellungen zeige, die ihr einstellen solltet, um den geringsten Delay auf dem Controller zu bekommen. Im Nachhinein zeige ich euch nochmal ein paar extra Sachen, die ihr machen könnt, um weniger Input-Delay zu bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen hier erstmal mit den Grafikeinstellungen an und ich zeige euch hier alle Einstellungen, die zu weniger Input-Delay führen. Ganz oben natürlich erstmal der Fenstermodus und da sollte, egal was ist, auf jeden Fall auf Vollbild gestellt sein. Vollbild macht mit Abstand den geringsten Input-Delay. Das Ganze konnte auch schon mehrfach bewiesen werden. Also stellt es auf jeden Fall auf Vollbild, damit habt ihr gar keine Probleme. Und was den Input-Delay auch sehr beeinflusst, ist natürlich auch die Auflösung. Wenn ihr eine geringere Auflösung habt, dann habt ihr logischerweise auch weniger Input-Delay. Ich würde euch hier allerdings aber nicht raten, irgendwie Stretch oder sowas zu spielen. Also nutzt auf jeden Fall eine 16 zu 9 Auflösung. Zum Beispiel könnt ihr hier mal 1600 mal 900 ausprobieren. Damit werdet ihr weniger Input-Delay haben, weil es halt wie gesagt eine geringere Auflösung ist. Und das Gute ist, dass es immer noch 16 zu 9 ist. Also ihr habt da keinen Stretch oder sowas, sondern einfach nur eine geringere Auflösung. Das kann euch auf jeden Fall helfen, weniger Input-Delay zu bekommen. Ansonsten solltet ihr natürlich auch den Performance-Modus spielen. Ich denke, die meisten von euch machen das sowieso. Denn mit dem Performance-Modus hat man, wie der Name schon sagt, die beste Performance und auch somit den geringsten Input-Delay. Aber eine Sache, die ihr zusätzlich machen könnt, ist, dass ihr 3 Digitze auf niedrig stellt, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Damit habt ihr halt diese Mobile-Bilds im Spiel. Und das Gute bei diesen Mobile-Bilds ist, dass sie keine Animation haben. Und genau deswegen hat man weniger Input-Delay beim Bauen und beim Editieren. Also falls ihr nochmal extra weniger Input-Delay haben wollt, dann könnt ihr hier auch 3 Digitze auf niedrig stellen. Und eine wichtige Einstellung, die fast keiner nutzt, aber ich würde sie nochmal trotzdem erwähnen, ist V-Sync. V-Sync solltet ihr auf alle Fälle ausstellen. Es macht einfach nur einen unnötigen Input-Delay in Fortnite und bringt wirklich in Fortnite absolut gar nichts. Deswegen auf jeden Fall ausstellen und dann habt ihr auf jeden Fall euer Input-Delay automatisch verbessert. Ansonsten könnt ihr auch im zweiten Bereich ganz unten die Wiederholung ausstellen. Das machen auch viele. Dadurch wird im Hintergrund nichts unnötig aufgenommen und gespeichert. Und dadurch hat man halt auch weniger Input-Delay. Und generell eine bessere Performance. Bei den Controller-Einstellungen gibt es auch eine Sache, die ihr machen könnt, um weniger Input-Delay zu bekommen. Nämlich findet ihr ganz unten den Fuß-Controller und der sollte auf jeden Fall auf ausgestellt sein. Der Fuß-Controller ist wirklich nichts Relevantes und das sollte einfach aus sein, da es ansonsten halt unnötig Input-Delay macht. Deswegen einfach ausstellen und diesen Input-Delay vermeiden. Und eine letzte Sache, die auch sehr viele Controller-Pros machen, ist, dass ihr in euren Controller-Binds ganz unten links das Layout auf Standard-Layout stellt. Das machen zum Beispiel Pros wie Day. Und dadurch habt ihr halt dieses ganz normale Standard-Layout. Und es wird gesagt, dass man dadurch auf jeden Fall weniger Input-Delay haben soll auf dem Controller. Ich persönlich habe das Ganze auch mal ausprobiert. Ich war mir nämlich nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Und ich persönlich finde, dass man auf jeden Fall einen Unterschied spürt. Aber es kann auch sein, dass ich mir das Ganze einbilde. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Ganze was bringt oder nicht. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr das Ganze einstellen und ausprobieren. Und wenn ihr das Ganze ausprobiert habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied gespürt habt. Dann der nächste Aspekt, der beeinflusst, wie viel Input-Delay ihr habt, ist, ob ihr mit Kabel den Controller verbunden habt. Oder nicht. Viele spielen nämlich auch einfach ohne Kabel, einfach Wireless. Aber Jungs, wenn ihr mit einem Kabel spielt, macht das wirklich einen sehr großen Unterschied. Die Eingabe auf eurem Controller kann viel, viel schneller verarbeitet werden, als wenn ihr Wireless spielt. Und deswegen auf jeden Fall ein Kabel nutzen für den geringsten Input-Delay. Und entscheidend ist auch, dass ihr einen USB 3.0-Slot benutzt. Viele machen nämlich immer noch den Fehler, dass sie ihr Kabel an einen USB 2.0-Slot einsteigen. Aber der Unterschied im Input-Delay zwischen USB 2.0 und USB 3.0 ist wirklich sehr krass. Ich blende euch mal dazu jetzt ein Bild ein, wo ihr sehen könnt, was ein krasser Unterschied zwischen USB 2.0 und USB 3.0 ist. USB 3.0 ist einfach viel, viel schneller. Deswegen einfach das Controller-Kabel an einen USB 3.0-Slot stecken. Und hier ist es auch wichtig, dass ihr das Kabel nicht irgendwie vorne ansteckt oder sowas. Das machen nämlich auch viele. Das Kabel sollte auf jeden Fall hinten beim Mainboard angesteckt sein, da die Verbindung dort einfach viel, viel näher ist. Und dadurch hat man dann auch wieder weniger Input-Delay. Und allgemein solltet ihr einfach darauf achten, dass ihr so wenig USB-Geräte wie möglich am PC angesteckt habt. Denn je mehr USB-Geräte verbunden sind, desto mehr Input-Delay macht das Ganze. Habt ihr zum Beispiel irgendwie eine Kamera angeschlossen, die ihr nicht nutzt, dann wird diese von eurem PC im Hintergrund immer überprüft, ob sie vernünftig funktioniert. Und das macht halt einen unnötigen Input-Delay. Deswegen am besten alle USB-Geräte, die ihr nicht nutzt, von eurem PC entfernt, sodass ihr keinen zusätzlichen unnötigen Input-Delay bekommt. Und jetzt zeige ich euch als nächstes, wie ihr den geringsten Input-Delay auf eurem Controller erreicht durch ein simples Programm. Um das Programm herunterzuladen, müsst ihr als allererstes auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Dort kommt ihr hier auf diese Seite, wo ihr das Programm herunterladen könnt. Wenn ihr auf der Seite angelangt seid, dann müsst ihr als allererstes hier auf Hidos BF klicken. Und anschließend klickt ihr dann hier auf Download. Dann startet sich auch direkt hier der Download, das dauert ein paar Sekunden nur. Danach zieht ihr das Ganze hier auf euren Desktop und dann müsst ihr einfach hier auf das Ganze mit einem Rechtsklick draufgehen und klickt dann hier auf Entpacken. Also ihr entpackt das Ganze einfach und dann habt ihr hier einen neuen Ordner. Und hier in diesem Ordner ist das Programm, was ihr braucht. Wie gesagt, das Programm verhilft euch den geringsten Input-Delay auf eurem Controller zu erreichen. Ihr klickt auf den Ordner, klickt dann anschließend hier auf Driver und dann habt ihr hier auch hier das Programm, also hier das mit Setup. Da müsst ihr draufklicken und dann startet sich auch schon das Programm. Und was ihr hier in diesem Programm machen müsst, ist wirklich relativ simpel. Als allererstes müsst ihr hier bei Devices das Ganze auf All stellen. Und danach sind hier alle USB-Geräte, die mit eurem PC verbunden sind. Wenn ihr den Tipp von gerade befolgt habt, dann sollten hier so wenig USB-Geräte wie möglich stehen. Und ja, hier in dieser Liste müsst ihr dann auf jeden Fall euren Controller finden. Das Ganze ist meistens daran erkenntlich, dass zum Beispiel irgendwas mit Controller im Namen steht. Zum Beispiel hier bei mir Wireless Controller. Also daran erkenne ich, dass es mein Controller ist. Logischerweise muss euer Controller erstmal natürlich mit eurem PC verbunden sein. Und ja, im Normalfall sollte bei eurem Controller das Ganze bei No, Default und 5 sein oder bei irgendeiner anderen Zahl. Also falls ihr noch nichts gemacht habt, dann sollte das Ganze so aussehen. Und ja, dann klickt ihr auf den Controller halt drauf. Also einfach hier hin. Und danach klickt ihr hier auf Filter und Device. Also ihr macht den Haken bei Filter und Device an. Dann müsst ihr hier in diesem Bereich bei Default müsst ihr draufklicken und das Ganze auf 1000 stellen. Und dann müsst ihr einfach nur noch auf Install Service klicken. Und dann wird das Ganze auch schon installiert. Das dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Und anschließend zieht ihr dann das Kabel von eurem Controller ab. Dann wird auch euer Controller von dieser Liste verschwinden. Und dann tut ihr das Kabel einfach ganz normal wieder in den Controller rein. Und da sollte das Ganze wieder hier erscheinen. Also euer Controller sollte dann hier wieder in der Liste erscheinen. Und wie ihr schon sehen könnt, ist jetzt hier bei Filter das Ganze auf jetzt gestellt. Die Rate auf 1000 und das B-Intervall auf 1. Das B-Intervall war ja zum Beispiel vorher auf 5 und das Ganze ist jetzt auf 1. Und dadurch habt ihr dann den geringsten Input-Delay bei eurem Controller erreicht. Also wirklich Jungs, ich finde dieses Programm bringt wirklich extrem viel. Ich habe das Ganze mal ohne dieses Programm, also wo ich das Ganze auf Default gestellt hatte, ausprobiert. Und danach habe ich dann dieses Programm ausgeführt und habe das Ganze dann nochmal, also habe dann nochmal weiter vorne eingespielt. Und man merkt auf jeden Fall einen Riesenunterschied. Also probiert dieses Programm auf jeden Fall unbedingt aus. Ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall sehr viele von euch, was Input-Delay angeht, weiterhelfen wird. Es kann vorkommen, dass ihr Probleme mit diesem Programm haben werdet. Beispielsweise, dass wenn ihr das Ganze ausgeführt habt, dass euer Controller nicht mehr erkannt wird. Das ist aber kein großes Problem. Ihr könnt das Programm ganz einfach zurücksetzen, also wieder auf Default stellen, indem ihr einfach hier auf Restart klickt. Also ihr müsst auf euer Controller klicken und danach wieder hier auf Restart. Falls das aber zum Beispiel nicht klappt, dann könnt ihr hier einfach wieder den Haken bei Filter und Device ausnehmen. Dann könnt ihr hier bei 1000 das Ganze auf Default wieder stellen. Und dann klickt ihr einfach nochmal auf Install Service, disconnectet euren Controller und connectet ihn anschließend wieder. Und dann sollte das Ganze wieder auf die Default Settings eingestellt sein, wie ihr hier sehen könnt, wieder auf No, Default und 5. Und dann sollte wieder euer Controller ganz normal erkennbar sein. Aber im Normalfall passiert das Problem eigentlich selten. Also im Normalfall funktioniert alles. Aber falls irgendwas schief gehen sollte, könnt ihr das Ganze auf jeden Fall so zurücksetzen. Also ich kann euch das Programm auf jeden Fall sehr ans Herz legen, wenn ihr weniger Input Delay auf eurem Controller haben wollt. Es spielt hier übrigens auch gar keine Rolle, welchen Controller ihr spielt. Ihr werdet mit jedem Controller weniger Input Delay erreichen mit diesem Programm. Also probiert das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Und ja Jungs, an sich war es das noch mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like auf dem Video da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und abonniert auch sehr gerne den Kanal. Ich habe schon am Anfang des Videos gesagt, das supportet wirklich sehr. Es sind zwei kleine Klicks für euch und würde mich extrem freuen. My Creator Code Rubik's Night solltet ihr am besten auch nicht vergessen. Das supportet mich auch nochmal extra und ist ein extrem süßer Support. Und ich habe noch eine kleine Sache, die ich erwähnen möchte. Und zwar bin ich wirklich aktiv auf Twitch am Stream. Mein Twitch Name ist Rubik's FMBR. Kommt da auch wirklich sehr gerne in den Stream rein. Da bin ich wirklich, wie gesagt, regelmäßig am Stream. Und wir können uns da ein bisschen im Chat unterhalten. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr dort vorbeikommt. Und dann war es das auf jeden Fall mit dem Video. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, gerne alles in die Kommentare damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.